Lars, spring einfach! Ich fang dich auf! Nein, ich trau mich nicht, Flo! Lars, bist du überhaupt hochgekommen? Ich weiß es nicht, ich bin hier irgendwie oben hingefallen oder so, keine Ahnung. Was ist denn 5 Blöcke, Lars? Mann, ich hab keine Ahnung, Flo, bitte hilf mir! Okay, ich fang dich, okay? Spring einfach! Fängst du mich? Vertrau auf meine Stimme, komm! Okay, ich vertrau dir, fang mich! 1, 2 und... Aua, au! Aua, das hat schon ein bisschen weh getan, aber... Dazu sag ich nur, mich dreht's! Loll! Guck mal, guck mal! Ey, wie cool! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Leute, willkommen zu Minecraft KI, ein brandneues Projekt mit ganz vielen Leuten, mit unter anderem dem Baumkletterer namens Lars. Hallo, ich bin's, der Lazo, hi! Was? Was sollen die Leute machen, wenn ein Projekt neu ist? Ein Like da lassen, oder? Ein Like und ein Abo! Abonieren, Leute, damit ihr jede Folge sehen könnt! Ganz, ganz wichtig! Was kommt mal hier? Ey! Ist das etwa die Minecraft KI? Ist das hier etwa die KI-Basis? Wait! Hier ist Wuschel! Die hat was gekaut! Warte mal, was schnell ist, die Sachen nehmen! Die sind Bananas! Ey, warte mal, stopp! Ich will auch Bananen haben! Hör, hier ist ein Hut! Die kannst du haben! Hier ist schon eine offene Bananen! Melonen-Style ist hier drin! Melonen-Style! Hör, hier ist einfach gold! Ein goldener Froschenkel! Ein goldener Froschenkel! What the frog in the frog! What the frog! Hör, nimm mal den Hut! Hör, nimm mal den Hut! Hör, du hast die ganzen... Loll, der ist ja voll cool! Ich hab den Matsch mitgenommen, weil wer weiß! Oh, Wuschel ist belohnen! Kann man den Hut anziehen? Ey, Leute, passt hier richtig gut! Mein Kopf sieht so groß aus, eigentlich! Das ist mega! Hör, du willst du das essen? Was bist du denn? Ich hab Ender-Infektion, dass ich zittere! Oh nein! Oh nein, nein! Das ist voll geil, als du dich bin! Was ist das, du zieht denn? Oh, ich bin doch! Das ist gut! Hör, du bist am zieht! Alter, was? Das ist cool! Es gibt ja mega coole Sachen! Warte mal, ich will mal hier diesen goldenen Froschenkel essen! Hör, hier ist eine Endermite! Das hilft mir! Sehr gut! Die KI greifieren! Leute, wie gesagt, das ist das neue Großprojekt, auf das viele schon gewartet haben! Ist das die KI? Wait! Ich hab so ein Dings bekommen daraus! Das sieht aus wie ein Croissant! Ja, ja! Oh, ich denkst du, wir können hier daraus Essen machen? Komm, hier sind so kleine, ähm... Hallo Wuschel! Moin Wuschel! Hier sind so kleine Dings! So kleine Fässer mit Sachen! Kann man das irgendwie aufmachen oder so? Abbauen? Ich baue ab! Willst du probieren? Oh! Ich baue ab! Wait! Das kannst du umschaften! Einen Berserker-Effekt krieg ich da! Oha! Was? Ich nehm's mir lieber nicht! Oha! Oh, Gold! Kann ich hier auch mal gucken, was das macht? Ich glaub, das seien Äpfel oder so. Hier sind Karotten... Lol! Hä? Was denn? Oha?! Oha coil Atter? Hörst du das? Jaaaa- Wuschel. Flo, wo bist du? Ich will nicht alleine gehen. Hier, neben dir bin ich. Du bist hier so getarnt in dem Grün. Ja, ja, ja. Komm, hier ist ein Zelt. Komm, hier hat sogar ein Ding, ist eine Solarzelle obendrauf. Modern. Oh, guck mal, da hinten ist Zops. Hä, wo? Ah, da, ja, loll. Und Izzy. Oh mein Gott. Oha. Hallo. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Was macht ihr? Hi. Habt ihr es auch gehört? Oha, Ryan. Oha, hier sind alle hier. Oh mein Gott, Izzy. Okay, okay, okay. Jungs und Mädels, Jungs und Mädels. Habt ihr auch dieses, bam, bam, brrrr, dieses Dings gehört? Da ist jemand auf einer Tastatur eingeschlafen oder so? Ja. Ich hab Fleisch. Guck mal. Oh mein Gott, ich will das auf dem Flo. Guck mal, was ist das hier? Ja, was ist das für... Hör, hier ist ein Computer. Hier kann man dem Video ein Like geben. Das kam von dem Computer? Ich glaube. Wait, stopp. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Oh mein Gott, wer ist da? Oh mein Gott. Ähm. Ich glaub, der wohnt hier. Ähm. Moin. Wer ist der denn? Ähm. Ist das der Wissen schon? Hör, der lacht so wie... So wie ist er. Hier. Es ist schon wieder passiert. Was ist passiert? Was ist passiert? Hab ich ihn die Hose gemacht? Ähm. Sieht so aus. Meine 6 KI-Roboter sind geflüchtet. Was? KI? 6 KI-Roboter? Ach, oh Gott. Dahin? Hier hin? Überall sind die geflüchtet oder was? Überall. Über... Okay, da läuft's mir vorbei. Ach, Roboter. Roboter? Sechs Stück? Wir sind zu sechs, oder? Geht's ihm gut. Die künstliche Intelligenz ist noch nicht bereit für die echte Welt. Ähm. Ryan? Was? Künstliche Intelligenz? Ich weiß auch nicht. Ich bin Intelligenz. Hey, die ist noch nicht bereit, sagt er. Ich bin künstlich. Künstlich, aber nicht intelligent. Die KI sind gefährlich? Hält euch auf? Jetzt? Die KI sind gefährlich. Warte mal, was macht eine KI in Minecraft? Ist eine... ChatGPT, oder? Die sind außer Kontrolle. Die sind außer Kontrolle geraten. Außer Kontrolle? Oh, was sollen wir denn machen? Sollen wir die finden, oder was? Oh, guck, wie der Typ ausschaut. Der hat so einen coolen Hosen wie du, Lars. Warum guckt der mich so an? Du siehst aus, als wärst du für den Job gemacht. Warte mal, ich oder Ryan? Ich weiß nicht, wir beide. Wow, oh mein... Und du siehst aus, als hättest du den in die Hose gemacht. Oh, Mann. Na, der war dich! Oh, hat er wirklich? Nein, lass, lass das! Aber, was ist das? Okay, warte, also wir müssen so Roboter finden. Was macht der? Worauf wart ihr? Los, die KI sind in alle Richtungen geflüchtet. Hör, hier in dem Computer hat er die gemacht. KI-Roboter sollen die finden? Aber ey, sehen die denn aus? Kennen wir die? Vielleicht ist Gabo oder Roboter? Ich bin kein Roboter. Findet sie sonst, nun ja? S-sonst was? Was passiert bei ihnen? Kriegen wir Geld dafür? Sie entwickeln sich weiter, oder? Warte mal, stimmt, wenn die zu lange in der Welt sind, dann werden die zu schlau. Wer weiß, was die machen. Go, go, go! Okay, okay, okay! Tschüss! Oh, was macht der? Oh mein Gott! Erzweckbeporte für den Stein! Ja, lass in die Richtung gehen! Wo solltest du denn jetzt hin gehen? Okay, alles klar! Macht's gut! Macht's gut! Okay Leute, willkommen zu Minecraft KI, das brandneue Großprojekt. Inoffiziellen Nachfolger von Minecraft. Hacker, Apollo, Galactus, die ganze Leute, ihr wisst es nicht, Leute. Es ist was ganz Neues eigentlich. Wir haben sechs Leute dabei mit mir. Wir singen mit Gumbo, Ryan, Tobes, Easy und Lars auf einmal. Richtig interessante Gruppenkonstellation. Und Leute, das wird super nice. Deswegen abonniert mich und abonniert auch Gambo, der mich da belauscht. Was machst du da? Aua! Mann ey, das war alles zu viel für mich. Guck mal, was denkst du, was denkst du über diese Kais? Komm mal hier. Ich hab Angst vor denen. Was hast du da? Sind das Blumen? Jaja. Ich weiß nicht, ob man den anderen trauen kann. Was wenn, was wenn Lars oder Easy eine KI finden und die gegen uns benutzen? Die würden uns anders hops nehmen. Ich verstehe aber hier auch alle... Was wenn du eine KI bist? Ich hab nichts getan. Was wenn die Karzellen keine KI ist? Ach das ist eine Karzelle? Ich dachte, das wäre ein Hirsch. Oh, ich glaub, die mag dich. Hallo? Oh, guck mal, die redet den Kopf und deine Nase, was groß ist. Na? Wie wichtig ist das? Oh, jetzt hast du die vertrieben. Ich hab grad eben erst Ryan gefunden. Auf einmal gehen hier Geräusche los. Hier ist ein Portal. Oh, guck mal, hinten ist ein blauer Wald. Boah, da seh ich mich aber. Oh, ein blauer Wald? Ein blauer Gambo? Oh, Gambo Speedrun. Ich mach dir. Oh mein Gott. Okay, du willst gucken, aber nichts rausnehmen. Ich nehm's gleich. Guck dir mal das an. Oh mein Gott. Das blitzert alles so schön. Oh, 19 goldene Grotten. Warte, ich geb dir ein bisschen was ab, wenn du dabei wirst. Guck mal hier. Oh, Ehrenamt. Damit du nicht verhungerst. Absolute Ehre. Yeah, yeah, yeah. Okay, Gambo. Ähm, sonst. Komm, ich hab noch ein Item. Guck mal, das hat minus 1 Damage steht da. Das heißt, wenn ich den Schlag krieg, ist das Leben, oder? Das macht Sinn, ja. Warte. Geh mal ein Stück zurück. Ja. Das war auch gar nichts bei minus 1 Damage. Oh mein Gott. Hä, was ist denn da? Ist das doppelt explodiert? Das war ein Frisbee, glaub ich, oder so. Was? Oh mein Gott, ich hab ja sau viel Zeug hier. Ab in den Speedrun. Ich hab keine Ahnung. Hier, Gambo, ich spend dir was. Boah, lecker, nehm ich's mit. Okay. Ja Leute, das Projekt wird sehr, sehr viel mit Trolls zu tun haben, mit KIs. Guck mal, die sind ein Rabe einfach. Okay, Gambo. Ja. Ich lass dich mal mit deiner Gazelle alleine. Ähm. Ich nehm die Gazelle mit. Okay, alles klar. Man sieht sich. Man sieht sich. Bin gespannt, was das Projekt noch so auf sich hat. Okay. Leute, guck mal, das hier. Warte. Boom. Guck mal, hier ist so ne Brücke. Ich muss mich noch überlegen, wo ich wohne, Leute. Das allererstes, Montag und Freitag, 12 Uhr, kommt Minecraft KI raus. Das ist ein brandneues Projekt. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Leute, seit Minecraft Freunde aus ist, hab ich schon die Tage gezählt, bis ein neues Projekt hier losgeht. Ich muss noch überlegen, guck mal, die sind Elefanten. Ich hab ein Schild auch hier. Ziemlich mal gerne. Guck mal, ich hab das Team und nur eine Hacker-Ulover-Print. Leute. Shop-Boom-Kaus-Witz bekommen, wenn ihr das haben wollt. Ist ja quasi ein inoffizierter Nachfolger von Minecraft-Hacker. Okay. Ich ess ganz sicher nicht diese Ender-Plops, sonst krieg ich wieder komische Infektionen. Was mit dem Elefanten? Kann ich den zähmen? Ja, kann ich. Guck mal, ich kann den füttern. Er isst die. Guck mal. Will ich dem... Was ist, wenn ich dem Ender-Plop fütter? Geht das? Oh, das geht nicht. Okay, ich glaub, da würden komische Dinge passieren. Aber Leute, hier ist ja übelst viel los oder so. Wir haben sechs Leute. Warte mal. Da steht ein Crafting-Tivel. Machen wir unseren ersten Kill, Leute? Minecraft-Pvp. Ich wollt... Eigentlich hab ich vorgehabt, Toops zu killen. Wie in jedem PvP-Projekt. Als Tradition. Guck mal, hier ist schon jemand. Warte. Vielleicht können wir mit dem reden. Jo, servus Flo. Jo, servus Flo. Guck mal. Das hat mich schon übelst gewundert. Ich hab gedacht, das hat eine KI hier hingebaut. Hö, ich dachte auch grad. Hä? Äh, übelst die coolen Bäume. Was ist das? Willst du hier wohnen? Oh. Ne, guck mal, da wachsen Bananen bei dem hier. Ja, ja, ich hab's gesehen. Es hat nur übelst bei mir so gedauert, bis die Bananen da runtergefallen sind. Lass, ich hab übelst die Stuff bekommen. Okay, warte, komm mal hier. Ich geb dir das ab. Lass, lass isst das mal. Du fliegst bei mir. Oh, nice. Hä, ich fliebe dir. Hä? Ja, jetzt bist du da. What the frog? Da hinten raucht was. Okay, ich muss gleich loslassen. Hier. Nimm das. Warte, bei mir hängt's. Ach so, das da. Danke. Lass nicht Reclaim löschen. Nicht Microsoft K löschen, please. Es ist... Ja, okay. Danke dir, Flo. Vielen Dank. Okay, ist entfloppt. Ich glaub, ich geh da drüber. Ich glaub, ich geh da drüber. Hör jetzt auf, hier so rum zu fliegen. Renn weg. Lass mich zur Ruhe. Okay, alles klar. Leute, bei Lars Park spiel das tolles rum. Leute, wenn Lars mal den Modpack richtig installiert und das mir erst ne Woche hält, dann freu ich mich. Okay, alles klar. Komm, die wachsen auch zur Äste. Ähm, ganz kurz. Äh, ich glaub eh nur meine Zuschauer interessieren sich dafür. Oh, wait. Oh, die Bäume werden direkt gefällt. Okay, das ist sehr geil. Äh, ich glaub nur meine Zuschauer interessieren sich dafür. Deswegen, ähm, wir haben über 230 Mods oder so. Riesiges Modpack. Übelst viel Stuff. Ich bin sehr gespannt. Aber warte mal, warte mal, stimmt. Wir haben eine Aufgabe. In alle Richtungen. Okay, wir müssen diesen K-Roboter finden. Was der Wissenschaftler gesagt hat. Wait, ich hab das komplett vergessen, Leute. Wir haben eine Quest bekommen von dem. Guck mal, wie geil diese Brücke hier ausschaut. Was ist das für ein Block? Überwachsene Algenbricks. Oh, hier ist einfach ein Fuchs. Ey, Leute. Da vorne raucht irgendwas. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werd sowas von hier die Brücke direkt nehmen. Oh, guck mal, was für ein geiler Sumpf ist da hinten. Warte mal. Seht ihr das? Oh, Leute. Im Sumpf seh ich mich richtig. Ich werd ne Sumpf bei spawnen. Was haben wir noch? So ein Stuff. Magischer Spiegel. Ich glaub, den gibt's aus Terraria hier. Ich glaub, da kann man sich zum Spawn porten oder so. Gold haben wir. Wir haben zwei Feuernzeuge. Wir haben so viel Stuff. Leute, lasst mal ein Like da. Ich hab so lange an dem Projekt gearbeitet hier. Und ich bin super hyped. Es kommt bei uns ein Sechs auf den Kanal online. Also es wird ultra nice. Ich bin so hyped auf Minecraft KI. Ich hoffe, ihr seid's auch. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Gerade bei ersten Folgen ist mir das immer sehr wichtig. Da lese ich immer, was die Leute sich denken. Aber ich bin so hyped, Leute. Wollen wir vielleicht hier irgendwo schon so ein kleines Lager aufschlagen oder so? Guck mal, die Brücke. Oh, Leute. Ich hab so ne gute Idee. Was ist, wenn wir später im Projekt die Brücke zu einer Eisbootstrecke machen? Und am Ende vielleicht so einen Pisten mit so einem Schleimblock und dann jumpt man? Oh mein Gott, Leute. Das könnte ein Event. Das könnte ein Speedrun werden. Leider. Ich bin super, super gespannt. Wir werden noch Events haben. Verschiedene Sachen. Ich hab so ein Projekt zu sechs. Haben wir noch nie gehabt. Selbst Apollo, glaub ich, war nur zu, äh, viert damals. Hallo Schaf. Was geht? Ich könnte mal schauen, ob ich... Oh, Leute. Hier sind Melonen. Hier sind drinnen. Wait. Ist hier irgendwie... Warte mal. Leute, seht ihr das? Ist das der KI-Roboter? Oh! 0% Battery. Wait. Der Wissenschaftler hat gesagt, die sind gefährlich, Leute. Hey, der steht grad auf so einer Ladestation. Huh. Einfach Wireless Charging. 0% Batterie. Wait. Muss ich den aufladen? Need Uranium to recharge. Uranium? Das sehe ich auch so, ob ich irgendwie Atomkraftwerk hier leite oder was. Uranium, Uranium. Hast du nicht irgendwie... Auch dieses Uranium, der wird hier bestrahlt damit. Ok, ja, Leute. Wunderbar. Hier ist der Wissenschaftler gesagt, dass die gefährlich sind. Wait. Kann man das aufmachen? Wie? Oh! Oh mein Gott, Leute! Einer tue ich hier noch am Minecraft. Oh mein Gott, warte. Ich krieg direkt einen Ruhm von Minecraft-Hacker. Guck mal. Boom! Die Nummer 1 ist wieder zurück. Hier ist Uranium. Guck mal, grün. Ich dachte mir grad, das ist grünig, ja? Ich dachte mir, guck mal, ist das denn seine Station hier? Seine Ladestation? Und was ist das hier? Lol! Oh, hier kann man sich teleportieren. Lonely Jungle Spawn Brick Island. Oh, vielleicht finden wir da Tobs. Magical Forest Blue Mountain. Wait, Blue Mountain ist vielleicht das, wo wir Gambo vorhin gesehen haben. Lonely Jungle Village. Okay, Leute. Müssen wir uns im nächsten Mal mit den anderen unterhalten. Was ist hier noch alles drin? Ein Tobs. Oh! Okay, 12 Damage Hammer. Den nehm ich auf jeden Fall mit. Leute, wir haben so viel Stuff, ich muss gleich was aufschlagen. Teleportation Anker. Ocean Days, Leute! Tobsen Boots. Oh, das steht mir aber gut. Rot und Grün. Oh, ein zweiter magischer Spiegel. Vielleicht kann ich den einen verkaufen oder sowas. Oder mit den anderen traden. Ich lass mal. Eine gegildete Ender Perle. Tunkstenspitzhacke. Ich nehm das alles nachhaltig mit. Ich lass mal ein paar Sachen hier. Okay. Mr. KI-Roboter. Hier. Ich geb dir mal hier Uranium Ingot. Oh, er hat's aufgesammelt. Reichen zwei Stücke oder brauchst du noch ein drittes? Hier, ich geb dir noch ein drittes. Energy ready! Loading System Startup. Er scheint zu funktionieren, Leute! Oh mein Gott! Er fährt hoch! Das Schaf schaut schon. Wo bin ich hier reingeraten? Wait! Warte mal, den kenn ich doch irgendwo her. Warte mal. KI-Roboter? Alles gut. Brauchst du mehr Uranium? Keine Roboter? Booting Up. Okay, alles klar. Leider, der muss erst mal seine Windows updaten. Das kann wohl dauern. Wir haben hier Melonen. Ripe Melon. Was ist eine Riepe Melone? Wir haben Bananen hier! Memory Disk Not Found. Downloading Bert.exe. Wait! Hä? Ich dachte grad schon, das ist Bert aus Minecraft Supermarkt. Warte mal. Ich glaube, es ist nur eine Hülle von ihm. Vielleicht gibt's mehrere Berts. Der hat gesagt, Erinnerungsfestplatte nicht gefunden. Er hat downloadet Bert.exe. Warte mal. .exe. Restoring Artificial Intelligence Database Backup. Okay, er macht grad irgendein Backup, was er wieder herstellt von Künstlicher Intelligenz. Leute, ich hab noch nie mit einer KI Minecraft gespielt. Ich bin ein bisschen gespannt, was auf mich zukommt hier. Aber wir können theoretisch schon mal... Oh! Er ist bewegt! Hallo, Bert, bist du's? Oh mein Gott, er ging dir übel. Hallo, Bert. Oh Gott. Ähm. Ich kann dir noch ein paar Uranium-Wackets geben. Ja. Hoppa, hoppa. Alles gut bei dir? KI? Oha, wie das auch steht hier. Ey, Leute, das werden mir die anderen nie glauben. Ey, du, kennst du so einen Wissenschaftler? Leute, sollen wir den überhaupt zurückgeben als Wissenschaftler? Ich will den nicht behalten. Oh, ich glaub, bei dem... Ich glaub, der macht grad ein System-Sweiber oder irgendwas. Okay. Leute, wollen wir hier bleiben? Ich find den Bereich übel schön. Die sind Melonen. Hier ist alles schön grün. Und das war dieser Rauch... Oh, das grün ist Feuer. Oh, der heißt sogar jetzt Bert. Oh, er hat's runtergeladen. System 100% einsatzbereit. Oha, Bert. Okay, warte mal, Bert. Ich will mal testen. Okay, Bert. Ähm. Bau mal das Dirty ab. Kann der das? Kann der lernen? Hallo? Ähm. Verstehst du das? Ähm. 001-11-0000-11-001-001. Hallo, Welt. Oha! Oha! Oh, ich glaub, das ist... Okay, ich glaub, er ist erst gestartet. Leute. Wir müssen ihm erstmal irgendwie, äh, ein bisschen Ruhe geben. Der ist out of Akku grad gewesen. Komm, was ist hier? Sprachmodul wieder aktiviert. Wait, warte mal! Oh mein Gott! Du kannst reden? Oh! Du sprichst computerisch. Perfekt. Ey, guck mal, der Bergkirchen ist richtig niedlich! Oh, die ungewöße, kleine Bert. Hey, so gefährlich schaust du gar nicht aus, Bert. Du könntest keiner fliege, was du leider tun. Du könntest höchstes Tops in einem schlechten Witzebattle besiegen. Äh. Ich meine, ich will ihn nicht unterschätzen, Bert. Leute, es ist nicht der Bert, den wir kennen. Es ist eine andere Hülle. Oh. Das sind Blätter? Ja, das ist, das ist Natur. Nein! Nicht! Nein, nein! Abbrechen, abbrechen, abbrechen! Ähm, 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 ähm. Ey, er hat seinen Sinn für Humor nicht verloren, der kleine Bert. Okay, alles klar. Super, Bert. Ähm. Okay, wir brauchen eigentlich Essen. Ja, ja, wir brauchen Essen. Komm mal, Bert. Ich bringe dir jetzt mal bei, wie man hier was zu essen macht. Komm, jetzt ein Schaf. Komm, ich geb dir dein Feuerzeug. Hier. Du musst es so machen. Und dann killst du es. Und dann ist dir gebraten. Okay, kriegst du es hin? Ey, Leute, ich hab ich... Mein Vertrauen sinkt. Jede Sekunde. Oh mein Gott. Wir lernen. Leute, ich weiß nicht, ob es zu gut ist, eine KI beizubringen, wie man Sachen anzündet. Vor allem lebende Sachen. Oh, wo ist er? Das ist ein Baum. Den darfst du nicht anzünden. Ja, weißt du, was ein Schaf ist? Oh mein Gott, der ist so verwirrt. Ja, das ist ein Schaf. Nein! Nicht Selbstzerstörung! Nicht Selbstzerstörung! Okay, warte. Bert, gib mir das Feuerzeug. Gib mir das Feuerzeug. Ich glaube, es war ein Fehler, dem das zu geben. Ähm. Nein! Bert! Okay, okay, Leute. Das war ein Fehler. Das war... Ja, das findest du wieder witzig! Das findest du wieder witzig, Bert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bert, ich hab ne Überraschung für dich! Guck mal. Ich kann dir mal das zeigen. Guck mal hier! Guck mal, Guck mal, Bert! Das kannst du machen! Nein, kein Feuer! Kein Feuer! Ups, das hab ich selber gemacht! Oh nein! Ich bring ihm noch was bei! Okay, alles klar! Guck mal! Der Schaf denkt sich... Portion Days! Warum ist ein neuer Roboter? Oh! Okay! Bert, guck mal! Leute, auch für euch große Ankündigung! Wir haben nämlich, Leute! Trifft sich ultra funny! Ab sofort zum Vorbestellen! Einen Bert-Blühstier! Bert, guck mal! Das bist du! Und ein Axel-Blühstier! Vielleicht hier noch Axel aus Minecraft-Freundern, der Minecraft-Hacker und anderen Projekten von mir! Leute, waren über ein Dreivierteljahr in Arbeit, die Blühstiere! Und offiziell gibt es jetzt einen Bert und ein Axel-Blühstier für euch hautnah, ultra-putzig! Guck mal! Ach, kennst du den? Aber Leute, ich muss sagen, Axel schaut auch super, super cute aus! Leute, jetzt zum Vorbestellen! Shop.kaufwitzig.com hier! Die werden Anfang Oktober versendet, ja! Unsere Lieferung tritt erst demnächst ein! Aber wichtig! Wir haben nur 1000 Stück! Um genau zu sein 999, weil einer hab ich! Und, äh, ja! So wie ich euch kennen werden, die instant ausverkauft sind! Deswegen, Leute! Äh, die nächste Welle kommt erst irgendwann nächstes Jahr! Also, Leute, wenn ihr einen noch haben wollt dieses Jahr, vielleicht für Weihnachten jetzt! Heute bestellen! Axel und das Bert-Blühstier! Bert! Ja! Oh mein Gott! Ich bin so hyped, Leute! Minecraft KI! Mein neues Lieblings-Projekt auf meinem Kanal! Ersetzt Horror-Lucky-Blogs! Ich plane aber eine neue Staffel! Und noch ein Special! Was vielleicht, äh, an Halloween kommt! Ähm, Bert, wie schaut's mit dir aus? Bert, wie lade ich dich jetzt eigentlich auf? Was, wenn du wieder einen Akku ausläufst? Ja, das wollte ich... Nein, das ist... Ah, Bert, das ist nicht witzig, wenn du einen Akku ausläufst! Das ist, äh, glaub mir! Okay! Ich mach mir mal hier so ne Art, äh, Base! Oder nicht ne Base! So ne Art, äh, Lage einfach nur damit ich... Leute, ich hab so viel Stuff hier an, äh, Items gesammelt! Wir können uns hier zwei Sachen craften! Oder warte mal, eine Chest-Boom! Wir haben auch ultraviele neue Höhen-Sachen! Wir spielen, by the way, ähm, neuesten Minecraft-Versionen! Hier, Bert, ein vier-blättriges Kleeblatt! Für Glück! Das wirst du nämlich brauchen! Und... Nein! Kein Selbsterstörungs- Okay, warte, ich... Ich merk schon, das Projekt wird mich wieder an meine Nerven kosten! Ja, das findest witzig! Ich hab nen Bäschen-Ring! Höh! Was macht der? Okay, dann muss ich irgendein Table... Ja, guck mal, die Blubberlosen findest du ganz witzig, gell? Amphibische Stiefel? Kann ich damit... Ich glaub, damit kann ich auf Wasser laufen oder so? Also... Hier hab ich auch mein Spiel! Ähm, Bert, hier! Meloneneis! Alles klar! Bert, wie wär's mal, wenn du die Gegend nach Eisen scannst und schaust mal, ob hier irgendwas in der Nähe ist, was brauchbar ist! Damit du nicht nur rumstehst! Ja, Bert, alles klar! Super! Ich hab theoretisch noch zwei Oranien, also wir können ihn noch aufladen! Wenn er irgendwann mal knapp an Akku ist, ja? Also, ich behalte mich im Moment für einen Notfall, wenn wir grad irgendwo sind, wo er sonst nix kennenlernen kann! Eisen! Ich glaub, es wär gut mal ne Eisenachse zu machen oder so! Wir müssen auch unbedingt nach Achsel suchen, Leute! Es gibt auch hier im Mod für Minecraft KI den, ähm, Axel als grünen Axelotl! Und, warte, wir müssten... Ich glaub, ich scher das Schaf einfach mal, damit wir nicht alle Schafe hier ausrotten! Und mach mir dann ein Bett daraus! Damit ich meinen Spawnpoint hier hab und nicht irgendwo spawnen! Weil, Leute, es gibt viele gefährliche Sachen hier auch in Minecraft KI! Vor allem, was ich mich frag... Warte, was ist das hier? Ein Schlafsack? Oh! Aber kann ich hier meinen Spawnpoint setzen oder hab ich das jetzt grad gewastet? Ähm, okay! Dann hab ich hier meine Matratze! Aber ich kann noch mehr Schafe scheren! Der Typ guckt! Wo ist meine Wolle hin? War hier noch irgendwas drin? Ich nehm mal alles einfach mit hier! Einfach, damit wir was haben! Oh, ist Bert hin gerannt! Bert, alles gut bei dir? Bert, wo bist du? Hier ist... Hier ist... Hier ist Emerald Erz! Bert, was treibst du schon wieder? Du bist verdächtig ruhig! Höh! Benachrichtigung? W-w-was ist denn? Äh, krieg ich grad im Sekundentakt Likes aufs Video? Leute! Hier hinten hast du was gefunden? Höh, da ist ein Meteor abgestürzt! Oh! Bert, sag mal, warum hat der Wissenschaftler gesagt, dass du gefährlich bist? Selfdestructivity! No! Okay, okay! Ich verstehe, okay! Ich verstehe es! Ich verstehe es! Oh, Alter! Guck mal! Hier ist ein Meteor! Warte mal, Bert, glaubst du, es gibt irgendwas, was wir... Leute, es gibt sehr viel, was wir nicht wissen über diese Welt hier! Guck mal, was ist das hier? Oh, Uranium! Wait, kommst du aus dem Weltrahmen? Bestehst du aus Uranium? Hey, was ist das? Warum ist hier ein Alarmsound?